und damit herzlich willkommen zu einem weiteren reaktion video auf meinem kanal heute wirken wir uns mal montana best of julian die crew place auf jeden fall vorbei geile videos wo man auch mehr reacten kann für mich geiler content und wenn euch der content auch gefällt lasst doch gerne mal ein like und ein abo da abos unterstützen mich wie euch geld im leben also was ist ich noch kein geld dafür krieg ich glaube ich lange rum starten und abfahrt du bist du bist lust warum oder ist nicht ein okay qualität so kacke wo es eigentlich hier draufstehen habe auf die qualität naja ich bin wieder wenn es geladen ist mein hinterher dass ich glaube ich gerade hier bis dem stich aber wieder aber schon ein paar sekunden die kümmern uns einfach oder ist nicht ein channel hier hier auf dem freitag normalerweise hallo wäre schon feierabend ich arbeite auf dem freitag um kurz vor 18 uhr noch an die lieben stream aber bitte geht es ist eigentlich auch so dass die streamer sich aussuchen können so arbeiten weil ja die consumer machen wir uns wollen oder nicht da kommen da kommen da kommt doppelt geschenkt einer geschenk okay ja ja genau du fetter ja er kriegt noch mal ein stern herr kommt also weißt du was ganz ehrlich digger ganz ehrlich vor mir zwei mit stern ja und auch da wieder raus aus den ich bin ich froh dass wenn ich auch nicht mit meinem freund wann und mario kart gespielt hat und nicht jetzt irgendwie zu hause weil ich glaube dann würde meine switch oder mindestens der controller nicht mehr leben also was ist das eigentlich ein spiel weil ich jetzt immer noch nie gesehen ganz vielleicht wenn die kommentare schreiben dankeschön achso ey aber ich muss ja riechen ja ich gebe dir das in die hand ja wie soll ich denn riechen so riechen ja nix bitte bitte lass mich in einer ja ich hab's wie helft mir helft mir helft mir Sag mal, geht's doch oder was? Ich bin ja mal arbeiten, Junge. Ja, damit kann ich... Vielleicht mache ich damit... Nee, doch, eventuell... Das hat niemand gesehen. Niemand hat das gesehen. Ich hole noch den Dritten. Ich hole noch den Dritten. Alles gut. Oh mein Gott. Oh, mein Essen ist da. Ja, Papi mit dem Kondessen. Fett abschmatzen. Ah, komm, mach den Mund auf. Also ich stelle mir das so richtig weird vor. Sag ich mal, ähm... Wenn ich da jetzt sitzen würde im Restaurant und, ähm... das irgendwer machen sollte, aber auch generell schon mit so einer Kamera einfach da hinstellen, ne? Und dann mit der Kamera die ganze Zeit drehen und den Schild dann neben so haben, ne? Boah, das ist... Also jetzt sag ich mal so, in Deutschland ist das noch unangenehm, aber richtig, finde ich. ...hört der Tröckel schon. Regel Nummer 1, vertraut keinem Binocchio. Machst doch cool. Machst einen auf real. In deiner Freizeit gehst du Microspielen, oh. Jetzt kommt der Boss und zerdrückt die Skopion. Der bosnische Boss steht auf seinem Ton. Wühlmaus, bist du nicht cool, sondern nur Gamer. Du gehst zu deiner Waffe und sagst, ich bin Gamer. Habe ich den nicht auch? Den hast du nicht. Das ist halt für einen Mann ein Buch, ne? Das ist für einen italienischen... Silga, was soll das denn jetzt? Nein, nein, nicht, dass du... Ey, Junge, scheiß, Mann. Ich hab dich echt gemocht, Junge. Nein, das ist halt ein... Silga ist ja Boden... Also, ganz ehrlich, ich frag dich, ob ich den hab und dann sagst du, nein, nur der ist... Also, die Werbung erspare ich euch. Und weiter geht's. Mann, Digga. Oh mein Gott, fast kam er selber kassiert. So, jetzt konzentriere ich mich. Ich mach ihn für euch klar. Aber ich capier nicht mehr so viel, die so, sag ich mal jetzt, Fallgeist-Verarsche spielen, anstatt halt das richtige Fallgeist zu spielen, weil, sag ich mal so, ähm, natürlich ist es an manchen Spielen klar, die Geldkosten, dass es da irgendwann in irgendein Fall Arsche zu gibt. Aber, sag ich mal so, Fallgeist ist, äh, free to play und, ähm, zumindest war es das, zumindest wenn es jetzt nicht mehr ist, aber, ähm, ja. Beleiben! Beleiben! Halt mal stramm. Hast du keine Kraft, oder? Die sollt sich doch nicht ziehen. So. Wo jede Frau sich doch bitte so tragen darf, wie sie möchte. Äh, muss doch kurz einen Sprachnachricht schreiben. Bitte gib mir diese F***en Checkpoint, Charly. Dreck. Komm. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Ooooooh! Das ist bodenlos. Oh mein Gott. Oh Mann ey. Was habe ich denn gegessen? Oh mein Gott. Man muss dazu sagen. Also an dem Tag, wo ich das Video aufnehme. Heute ist Dienstag. Um 23 Uhr. Ähm. Ja ungefähr 23 Uhr jetzt. Hat ein bisschen Glauben im Internet. Ähm. Jo. Ich war heute bei Meckes. Und ähm. Habt da diesen neuen komischen Burger probiert gehabt. Und ähm. Also diesen Homestyle irgendwas irgendwas. Mit irgendwie Honey Bacon oder so'n Kack. Ähm. Der Name brauche auch schon mal wieder. Ist fast so gut wie. Homeningong. Von äh Monte. Ähm. Wegen Monte. Clips sind wir gerade. Ähm. Ähm. Meine sind auch heute amt zu abwertig ey. Das ist Katastrophe. Oh mein Gott stinkt der. Digga. Ist ja wieder wenn ich. Hier kommt gleich Personal alter. Oh ey. Der kam aber ganz tief aus dem Süden. Weck wie du das Zeug. Oh ich meine die Duftkerze haben besser. Oh der ist schon da. Jo. Ich bin hier. Achtung. Einer Blick. Ich muss mal kurz was anziehen. Ja. Ich muss ja schnell was anziehen. Einer Blick. Komm ne. Ui. Oh ne ne. Sag ehrlich. Jetzt hast du. Ne. Äh. Du hast ja eine. Geholt du Ferkel. Ja. Geh mal in die Ecke. Digga. Du. Du bist wieder nicht Junge. Der hat sich eine. Geholt. Während ich hier Videos geguckt und gearbeitet habe. Und du hast auch noch ein Ständer. Ich sehe das. Du hast ja eine. Na ja. Ich sehe das. Dein Schwänzchen ist ein Wackeln. Also das ist wirklich ganz bodenlos von dir. Keine Luft. Auftrag ne. Mach mal den Opera Browser auf. Du hast ja eine. Youtube. Tv. 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 Zu unplatziert. Egal. Aus fehlender Lärmmannn. Oh mein. So, das war der Stressplayer von der Situation vorhin, der ist jetzt erst rausgekommen. Oh, ne, mehr Stress gewesen, als ich gedacht hätte. Gut, das war jetzt auch wirklich der letzte Stressplayer, ne, auch noch nicht. Das war aber jetzt der letzte. So, oh, warte. Oh, ne, hätte ich jetzt gedrückt, hätte ich mir eingeschissen. Kylo, Mann, ey, also es geht doch also wirklich. Muss doch nicht sein, Digga. Monte mit Bart ist auch gut, ja? Oh, Mensch, so. Oh, das erinnert mich irgendwie an heute, ey. Hast du verstanden? Was? Wie sie müssen bei, sag ich mal, so vielen Streamern immer die, äh, oder YouTubern immer die, äh, Studios anleiten? Hat das irgendeinen speziellen Grund, oder? Wahrscheinlich, weil es das Billigste ist, aber, sag ich mal so, so ein Keyboard kostet auch nicht so viel, ne? Kommt auch irgendwas Zeit für Einsatz, ne? Wir machen hier die internationale Taktik. Oh mein Gott, du Fettsack. Kann man auch als Tutorial hochladen bei YouTube. How to survive Nashörner. Mark. Perfekt. Äh, Internet ist grad in den letzten Minuten abgekackt, ey. Danke dafür. Ich melde mich dann wieder, wenn das Internet wieder da ist. und hier stelle ich habe jetzt ein bisschen schlechter gemacht die grafik und wir waren ich bin ich bin ich muss jetzt los chat sagt sabrina tschüss tag bei sabrina tag bei warum ich nicht mehr das video wie gesagt abstecken und wir sehen uns im nächsten video rein und